Icarus, das ist es! Hallo, Spider-Man. Wir wurden uns nie richtig vorgestellt. Ich bin Otto-Octavius. Es gibt kein Icarus, oder? Nein. Martin braucht keine Hilfe, um das Antiserum zu sichern. Icarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Willst du mit? So erfrischend, für einen Mann wie Octavius zu arbeiten? Notfallpläne für die Notfallpläne! Hey! Sophie? Bist du okay? Was ist da los? Viel Verkehr! Hör zu! Lee will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oscops Teufelsart im Labor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich seh mir sämtliche Baugenehmigungen an. Wenn ein Labor dabei ist, werd ich es finden. Na toll! Okay, äh, bis bald, MJ! Fehlgeschlagen? Hat ihn geschwächt. Zeit für Plan B! Teamwork ist wunderbar, oder? Unerreichbare Ziele werden erreichbar, wie Spider-Man zu töten. Das war beinahe Herzerwärmte-Elektro. Der Knast hat dir richtig gut getan, hm? Wie kann man nur so weit daneben schießen? Lass mal deine Schaltkreise prüfen. Lass mir kündigen. Au! Die Blomben! being on the next I DO COS Und jetzt geht's ab in den Nachkampf. Ich kann ihn treffen, wenn ich auf den Transformator schieße. Hier ist klar, dass ich nur mit dir spiele, oder? Ah! Wie? Du bist dran! Hey, Adrian! Ich bin Spider-Man! Was soll dieses Gebrabbel? Keiner kapiert meine Witze! Unsere Fede endet heute in Sekt! Fede? Ich dachte, es wäre ein Geben und Nehmen! Mann, da habe ich echt was missverstanden! Du bist nicht in Form, Spinner! Nächstes Mal bist du dran! Nicht so schnell! Das war pur ist glück! So wird das nichts! Ich muss ihn betäuben oder überrumpeln! Spider-Man! Ich muss dich vernichten! Super! Du hast meinen Witz kapiert! Damit versuchst du mir wirklich den Tag! Danke dafür! Mal im Ernst! Das war schöner, als ihr Einzelgänger wart! Wie weit man mit Teamwork kommen kann! Was? So wie Öl und Wasser! Klar! Mach das nicht nochmal! Wie weit man mit Teamwork! Er hat keine Chance. Ja, ja, wir packen das. Ich will ja nicht umkönnen, aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein. Weiter neben, Max. Wie immer. Halt still! Moment mal! Und schlag! Er weicht aus. Ich muss ihn betäuben oder überrumpeln. Ich muss ihn betäuben, wie ich trumpen bin! Halt mich nicht auf! Missed! Sorry, V! Wie fühlt sich das an, wenn man so komplett überfordert ist? Nur noch einer übrig. Wie oft haben wir diesen Punt schon aufgeführt, Avian? Ein Dutzendmal? Zwei? Einmal zu oft! Das hier ist dein letzter Walser! Schon müde, Spinne? Nächstes Mal bist du dran! Nur eine Sache schnell noch! Was ist los? Elektro wurde geerdet. Spiderman nehme ich an! Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist! In dem Unschuldige sterben? Ich hätte wieder für Ordnung gesorgt! Sie sind krank! Sie brauchen Hilfe! Ich habe schon genug Hilfe! Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde! Und gerade gut aus! Ich habe ihn nicht geschlossen!